Boat, hast du mein Effizienzbuch geholt? Nein, nein. Ernst nicht. Isa, wo bist du? In meinem Lager, in der Küche. Boat, du kennst dich doch auch so in Bitcoins, du investierst doch. Hier, komm her. ETF knallt. Was ist mit Bitcoins? Oh, irgendwie BlackRock hat seine eigene ETF rausgebracht oder so, irgendwie so. Wer? BlackRock und so, alle bringen ihre eigenen ETFs raus. Boat muss das wissen. Ja, es wird jetzt genehmigt. Was heißt denn genehmigt? Was bedeutet das? Dass es möglich ist mit ETFs und Bitcoins. War ja die ganze Zeit so ein Verfahren. Also du hast mit Bitcoins ETFs kaufen können oder wie? Nee, ETFs mit Bitcoins. Ja, mein ich ja. Also du kannst jetzt ein ETF kaufen mit Bitcoins. Genau. Nein, es sind mit Bitcoins ETFs draußen, irgendwie so. Ist das, das meine ich doch, Digga. Die Schaufel habe ich im Blick. Ja. Aber es ist nicht so, keine Ahnung. Wie viel kostet der Bitcoin ETF? Einer? Oder wie geht das? Keine Ahnung, ich habe von ETFs gar keine Ahnung. Ich auch nicht, das ist ja das Ding. Wurde zur Frage. Kann man Glück auf eine Silk Touch-Bitzecke machen? Nee, ne? Aber nur in den USA. Achso, heißt es in Deutschland muss es auch noch mäßig vorgerichtet. Ja, aber das ist ja scheißegal. Du kannst ja irgendeine amerikanische Börse nehmen. Obwohl. Geht das, Chat? Ach, das heißt, in einem ETF kann zum Beispiel Bitcoin drin sein oder was? So ist das gemeint. Ah, ja, ETFs sind doch Aktienpakete oder nicht? Ja, ETFs sind einfach nur mehrere Sachen zusammengegangen. Ja, dann passt es doch. Boah, Elibi verkraftet? Ich bin gerade so, ich blinzele seit ein paar Sekunden nicht mehr. Schon ein paar Minuten vielleicht sogar. Ich war gerade Sand holen. Wie ein Weltmeister. Ich sage euch ehrlich, Chat, ich bin nicht so der Fan dann von ETF, Bitcoin ETF oder sonstiges. Ich habe mir ja Bitcoins gekauft, um mein Geld sicher zu haben bei mir. Und wenn ich das wieder in ein ETF oder so stecke, ist es nicht so sicher, als wenn ich das so bei mir habe. Checkt ihr? Guck mal, wie die Öfen am Ackern sind. Guckst du dir an, wie sie am Ackern sind, die Öfen? Boah. Mit der F4 sicherer eigentlich, Bro, es gibt nichts Sichereres. Also von der Sicherheit her ist nichts mehr sicherer als Bitcoin. Wenn du das auf einem Ledger oder auf einer Wallet hast, eine Hardcore Wallet, dann gibt es nichts Sichereres. Ich rede nicht davon, Chat, wie sicher das ist im Sinne von, dass es steigt, wie sicher es ist, sondern ich rede von der Sicherheit vom, wie wer dein Geld wegnehmen kann. Checkt ihr, wie ich meine. Nicht von der Sicherheit, ob das droppt oder nicht droppt. Davon rede ich. Holz ist ja auch echt. Ich habe ein bisschen Holz. Wie viel brauchst du? So ein bisschen. Kannst du vor meine Farm kommen? Aber was für Holz brauchst du? Das ist egal. Normal. Ich brauche Stöcker. Ich muss Stöcker machen. Er will einfach nur für XP Stöcker haben, Bro. Nee, nicht für XP. Was? Ich brauche einfach so. Ich glaube auch, was ich auch mache. Fällt mir gerade auf. Reicht ein Stack? Ja, ja. Mach das mal bitte in die Kiste vor den Ofen. Kiste vor dem Ofen? Ich habe auch keinen Ledger. Ah, Sian, ich habe auch keinen Ledger. Ey, ich? Junge, Junge, Junge. Ich muss meine Schaufel halten. Ich muss auch meine Schaufel halten. Eisen wird komplett auseinandergenommen. Eisen wird wirklich auseinandergenommen. Wir brauchen mehr Eisen-Farms. Egal. Hast du das, Fabo? Wo ist dein Ding? Lüg nicht. Hier, ich bin da. Gib einfach hier. Aber warum muss an der Kaktus-Farm außen so viel Glas sein bei dir? Bei Max war da nicht so viel. Bei Max ist es genau das Gleiche. Outsch. Eisen, wo sind die Eisen-Villager? Ja. Die Farmer hier sind tot, by the way, ne? Neues. Wie? Villager hier. Ein Mensch weiß, wofür die Villager überhaupt da waren. Oh, vielleicht ein bisschen sehr viel. Wo tauscht ich die Fahrt um? Maybe. Ist das so langsam jetzt? Also mit Nizarite-Rüstung kann ich in Lava überleben, oder was? Ne, du kriegst, also du kriegst trotzdem Schaden, aber halt nicht so viel. Bin ich müde gewesen, oder hast du es gehört? Habe ich was zu deiner Frage gesagt, Breitenberg, mit Lava? Ja, ne, du hast es erklärt. Man kriegt Schaden, aber nicht so viel. Na, okay. Alter. Ich will diese Bitcoin-Talks eigentlich nicht im Stream haben, Chad. Weil das Problem ist halt einfach, dass einfach jeder Bastard im Internet Profi ist und Sonstiges. Ich habe, ich habe, ich habe meinen, ich habe für mich auch im Stream damals, was eigentlich auch ein Fehler war, ich habe meinen Bottom gecallt, auch im Stream, wo ich gesagt habe, jeder soll kaufen. Das war bei 15k, aber ich werde das nicht nochmal machen. Einfach aus dem Grund, weil es halt einfach, weil man so viel Verantwortung hat. Natürlich war es ein schlauer Call im Nachhinein, aber so, dann kommen irgendwelche Leute und sagen, der und der hat mehr Ahnung, der und der hat mehr Ahnung. Blaber, Scheiße, dies und das, nee, so und so ist das. So, deswegen will ich da nicht so drüber reden. Deswegen investiert in das, was ihr wollt. Ich habe mein Ding, was ich mache. Aber dann, wenn man es dann irgendwann raus hat, ne? Eli hat zum Beispiel, Eli hat, ähm, 10 Bitcoins bei 15 bis 17k geholt, weil ich ihm das gesagt habe. Und jetzt rechnet euch mal hoch, was, was er damit an Profit gemacht hat. Der hat sein, als er bei 44 war, hat er sein Geld fast verdreifacht. Zeig mal, was du bei Beinsarge gekauft hast. Nur das hier. Warte mal, das kann ich jetzt auch wegmachen. Das hier. Den hier? Die Hose hier und... Ah, dieses T-Shirt hier. Guckst du die Videos von Horst? Ich schreibe ab und zu mit ihm. Ich habe ihn halt einmal getroffen in L.A. Und seitdem haben wir ab und zu ein bisschen was geschrieben. Warum hättest du dich fast angezeigt? Weil ich mir das angucken wollte, aus Versehen da ein Creeper hingekommen ist und dann so... Oh, oh. Was? Ich sterbe nicht mal von da oben? Nee, du hast wieder von 4. Das ist ja krank. Da kann man ja gar nicht sterben. Nö. Ein Farmbauen, ins Wasser fallen, 40 vor 50. Ich weiß nicht, wie viele Sachen ich jetzt hier schon fertig habe. Ja, ne? Die Frage, hast du ein Discfragment oder nur eins? Boah, nee. So Eli, soll ich dir eine Versicherung geben? Auch eine. Du machst einfach... Du machst einfach um dieses Ding hier Wasser. Ja, ich habe 8. Mach hier unten bei deiner Farm einfach Wasser und wenn du hinfällst, überlegst du. Da ist er. Eine Versicherung machen, sagt er direkt, Digga. Er war. Wie indirekt irgendwas andrehen. Ja, ich bin kein Stoff hier. Ich muss gleich meine Schaufel verbessern. Ich muss meine verfickte Schaufel verbessern. Gut, 41 von 50. Einer schießt auf dich, ja, ich weiß. So ist das halt. Aslan hätte ich auch nicht gesagt, wenn er es nicht selber gemacht hätte. Also, wenn er es nicht selber gesagt hätte, Aslan. Sonst hätte ich auch nicht darüber geredet. Ich muss noch einmal meine Panda angucken, Jet. Die machen Fantasie. Ich habe es jetzt schon 30 Mal gesehen, Jet. Ach, schon für euch. Reicht doch langsam mit Mert. Ja, ich habe es doch gesehen. Ich habe es doch gesehen. Der fährt und hört türkische Mucke dabei. Ich muss gleich anhalten. Ich muss gleich anhalten. Mal Schnauzpause. Ich kann ja nichts machen während der Fahrt. Was geht so schnell? Er hat immer noch keinen Unfall gebaut. Wie lange dauert das Eimer da hinzufahren eigentlich, Jet? Ah, meine Augen. Meine Augen. Ich will meine Augen einmal so kurz zumachen. Das fügert mich gerade hart vor Wallah. Kennst du das? Wenn ihr Augen nicht zumachen dürft, dann wollt ihr auf einmal Augen zumachen? Oder was das ja... Zwei Stunden. Boah, wenn er jetzt verkacken würde, das wäre hart. Oder was für Geschwindigkeitsübergrenzung. Ey. Ich schließe einer. Ich hoffe, ich habe keinen Achtung. Boah, geiler Tunnel, Alter. Holt ihr auch Lenkrad? Ich habe genau dasselbe Lenkrad da hinten. Wir haben das auch schon mal gemacht im Stream. Wir sind rumgefahren und haben türkische Musik gehört. Deine Farm macht gar nicht so viel Logik, EXP-Farm, ne? Noch macht die nichts. Weil du kannst Eisen und Holz nehmen ganz schnell und dann verkaufen einfach. Dann kriegst du EXP um den Ende. Breitenberg, lass das hier Crafter machen, okay? Ich weiß schon, was ich mache. Okay. Ich weiß schon, was ich mache. Ey Breitenberg, was machen wir jetzt mit meiner Hülle? Deine Hülle bist du ausgezogen. Ne, ne, also ich habe ja jetzt wieder meine Hülle, aber warum ist jetzt in meiner Hülle alles weggebaut? Das weiß ich nicht, aber du hast heute Ansage gemacht, alle Konflikte beendet und darauf beruht, beziehe ich mich jetzt. Ja, alle Konflikte sind beendet, außer die von dir und Isa muss die... Ja, ja. Ja, ja. Jipi. Jetzt werden wieder Ausnahmeregelungen getroffen. Wie Ausnahmeregelungen? Habe ich das heute nicht gesagt? Also, Roat, ich sag dir was. Alle waren gegen dich, als du diese Ansagen gemacht hast. Ich habe gesagt, nein, Roat, das erste Mal, dass er Sinn macht, was er sagt. Ja, natürlich macht es bei dir Sinn, Digga, weil du alles weggesprengt hast. Schnauze. Hm... Du hast die meisten Orbs auf diesem Server. Was sind die Orbs? Was sind Orbs? Scheiß drauf. Hörst du manchmal Podcasts? Nee, ich habe keine Ahnung. Wir haben bald ein Turnier-Rort, ne? Ich weiß, Tekken oder so, Digga. Ja. Noch nie gespielt. Im Releasetag, das wird geil. Also nur früher. Nee, an dem Tag, an dem es rauskommt. Um wie viel? Um 10.000 Euro oder so. Ja, der ist stolz. Wir machen 15.000 Euro Einsatz. Tschüss. Was ist hier los? Wer wartet um 15.000 Euro? Wir machen so ein Tekken-Turnier um 15.000 Euro. Meter machen, Meter machen. Meter machen. Jetzt gehe ich hier rein. Hat der mal einen cleanen Cobblestone? Das war doch irgendwo. Boah, wie schlau, ey. War das nicht bei der Burg, Chad? Bei wem hat es gerade geblitzt? Und es regnet wieder ausnahmsweise aus diesem Bastard-Server. So, ich habe den Berg weggemacht. Guck mal, wie gut das jetzt aussieht, Chad. Ey, aber... Bei wem hat es gerade reingeblitzt? Ich glaube, der Blitzableiter von Kato steht noch oben in der Luft. Ja, ist so geil! Echt, Chef? Der ist ehrlich noch oben. Den hole ich da nicht runter, ich habe das hier angepasst. Ich glaube, es ist auch ziemlich gut, dass er da oben ist, um ehrlich zu sein. Ich will einmal so einen richtig cleanen Durchgang haben. Ich glaube, jetzt passiert der Durchgang. Warte. Wenn der hier gleich fertig ist, dann mache ich einen Durchgang ohne runterfallen. Das habe ich dann nicht geschafft. Aha. Das reicht. Ist ja wenig, es hat das fein kapiert. Ja, ich mache das so. Okay, jetzt kommt der cleanen Durchgang, Chad. Spann alles an. Und wer hat meine Eisenblöcke vor meinem Beacon abgebaut? Das ist auch wieder eine reine Respektlosigkeit hier, ne? Das ist hart. Damit die irgendwelche Eisen haben. Das ist wirklich... Ich sage dir, Abu ist der Wirt. Ja, ja, Abu. Abu Goku. Will jemand schlafen gehen? Vielleicht? Ich weiß, wer es war, aber ich will nicht snitchen. Uh! Sag es. War es Abu? Ne, ich sag es nicht. Es ist doch eh vorbei jetzt. Ich werde bei der Person eh nichts mehr machen. Es ist sowieso früh hinausgeschlossen. Aber ich würde gerne wissen, wer es war. Ja, das ist Monte. Wer? Monte? Monte? Monte oder Abu sage ich. Es war Breitenberg. Mein Chat hat es gesagt. Waller war ich das? Ja, Waller du warst das. Achso, das war da, wo sein Biegen weg war. Ja, das kann sein, dass es was war. Du schuldest mir zweieinhalb Stacks Eisenblöcke. Dass du es nicht mehr weißt. Ich schuld dir gar nichts. Ich spreng dir ein Haus. Hast du doch schon. Du hast mein Leben gefickt. Weißt du, wie oft ich gestorben bin für diese Magma? Magma? Diese Magma, ja? Hey, es hat geblitzt hier. Magma, Magma, Magma? Hmm. Breitenberg, Alter. Breiten-Eisberg, Alter. Someone wants to go to sleep, maybe? Ich bin stolz. Noch nicht. Seid noch nicht stolz. Hab kein B. Ich hab auch kein B. Ey, warum blitzt das jetzt so viel, Chat? Was ist das? Weißt du, wie man die auch bedient? Yes. Auf meinen Blitzerbleiter die ganze Zeit, ne? Was heißt Blitzerbleiter? Ich hab extra hier einen Blitzerbleiter gebaut. Aus Metall? Ja, aus Kupfer, damit mein Haus nicht angegriffen wird. Blitzen? Bin ich das abhackelt oder sonst was? Achso, macht der Blitz hier Damage auf diesem Server? Ja, ja. Wenn einer noch B, dann können wir skippen. Gib mal bitte B. Einer. Ich hab kein B. Ich hab kein B. Wie jetzt? Hat keiner ein B? Nur einer muss B? Ich bring jetzt gar nicht. Ich bring jetzt gar nicht. Ich bring jetzt gar nicht. Der Geisteskrank mit diesem Blitzen. Schlossbrand. Jetzt nicht poppen. Einer muss B. Ja, warte. Ich kann B. Ich kann B. Ich war in Trance. Nur eine Sekunde? Drei Sekunden? Drei Sekunden? Drei Sekunden? Vier Sekunden? Großes Brett. Ich hab einen aufgecrafted. Schreib dir sofort die Lernkurve rein. Sofort die Lernkurve rein. Sofort. Ist das Hettenfall. Die Farm wird eher geheiratet als Melle. Ich bin so stolz auf diese Farm. Ich hab so viel Kraft reingesteckt, Chat. Für die Allgemeinheit. Fabo, ich bin gerade, um ohne einmal runter zu fallen, habe ich das geschafft, ohne einmal falsch zu setzen. Ich war drin. Du wärst stolz auf mich, Fabo. Er sagt, die Farm wird eher geheiratet als Melle dir. Das hab ich auch gehört. Das sag ich. Das petzig. Was denn? Nix. Boah, Isa will bei Melle petzen. Hast du Isa? Ich hab noch deinen Kopf. Ah, ja. Back to back? Vielleicht wird es der Back to back Chat. Kameras, oder? Wie man kann es sagen. So, jetzt habe ich Holz und Lämmen. Was soll ich noch machen? Hier, dein Head. Hatte Mert Unfall? Bei dem Kaktus bin ich noch verwirrtet. Oh mein Gott, es tut mir leid. Ich hab die ganze Zeit geredet, wo ich schmiert war. Danke dir. Der Kaktus. Der Kaktus. Der Kaktus. Der Kaktus. Der Kaktus ist verwirrtet. Hat er doch gar nicht. Vielleicht sind ja diese Ritter gespawnt wieder. Kann ich ja sein, oder? Wann ihn? Weißt du was ich mein? Was gespawnt? Leute. Was? Dieser Skelettritter. Bei dir? Hier war vielleicht nie wieder gespawnt, weil so viel geblitzert vorhin. Maybe ist T-Bone wieder da. T-Bone werden seien gute. Wie viel ist es, damit ich Trimax-Farm springe? Oder? Gib dir 10. Da wirst du nicht mehr glücklich. Ist er gut, oder ist er so eher der Farm-Typ? Wer mags? Ja. Ist er der Farm-Typ, aber er hat halt einen Haufen TNT, Bro. Aber beunruhigt euch das gar nicht, dass der Typ da einfach 100 TNTs hat? Doch. Was hält er denn damit vor? Ja, genau das, wenn die jemand abpackt, dass er alles in die Luft springt. Das ist gestört aber. Trimax. Trimax. Ich baue mir glaube ich auch eine Creeper-Farm. Okay, ich brauche auch eine Creeper-Farm. Kann man nur einzelne Creeper-Farmen bauen? Das nur Creepers bauen? Ja. Ja. Mit Katzen und Teppich und so. Er ist der Beste nach Fabo und Rohrat? Echt? Nein. Also was PvP und so angeht nicht. So PvP mache ich nicht wieder, ich rede nicht. Und von jedem besiegt auf dem Server. Ja, ich glaube, Max, boah weiß ich gar nicht, ob Max packen würdest. Ich sag ehrlich, Digga Breitenberg, du bist der größte Knecht, glaube ich, auf dem Server. Und du, OC, du wichst. Wie kann man so arsch sein wie er, Digga? Weil ich brauche unbedingt einen Ender-Chest. Ich weiß aber gar nicht, warum ich so schlecht war PvP. Und du hast gegen Monte verloren, das ist halt ehrlich krass. Ich brauche, ich brauche ne Dings, ich brauche Obsidian. Ey. Er ist so alt, er hat eigentlich Delay im Kopf. Das ist auch verrückt. Oh, das hast du aber vorhin nicht gesagt. Hat jemand ne Ender-Perle? Zäune? Ich hab ne Ender-Perle, Bruder. Gönnst du? Ja, klar. Dann musst du auch vertragen, oder nicht? Ja. Also. Aber nach diesen zwei Tagen will ich sein Haus so wegsprengen. Ja. Okay, aber ich will erstmal die Zäune machen. Ich sag's nur Easy TV, dank für den Prime. Krieg ich die Perle? Ja? Ja, klar. Ich bin vor diesem Haus da. Wo kommen die Zäune hin, Chad? Okay, warte. Vor diesem Baumhaus. Weißt du wo? Ja, warte. Hier, ne? Na, ich weiß nicht mehr. Aber ich hab nur eine einzige Ender-Perle, die ist was wert, ich sag dir. Ich möchte, dass du das merkst, Digga. Zeichen vom Bild. So, ne? Jaja, merk ich mir. Oh. Chat, sagt er als erstes Crib bauen, oder als erstes Farm bauen? Du musst zu mir kommen. Ich bin da bei, äh, bei diesen Kirschblüten. Farm gerade. Das Haus ist ja bravo. Eine Erde reißt. Ich habe nicht verstanden, wie sich diese Kirschblütenbäume vermehren, warum ich am Ende immer mehr habe. Ja, äh, hast du? Hast du vielleicht zwei? Hast du maybe zwei sogar? Nein, das ist die einzige. Der einzige, die ich aus dem Nieder hatte. Und willst du? Ich gebe meinen Crib. Ich finde das weird aus Chat. Grüße von Summer Jam, Liebe. Hör den neuen Song von Summer. Den habe ich gestern noch schon, oder? Summer the Hammer, the killer, the chief. Hör aufs Rippen, wenn sie den schiebt. Diese Lockerder. Der war geil, der Song gestern. Hat mit Willi drauf reagiert. Meine Community fand auch, es war der beste von den Songs, die gestern released worden sind. Hast du Pugen gehört, Ror? Die Rülle steht wieder. Äh, ich glaube, ich habe schon vorher gehört. Hat jemand Wolle oder Schafe? Ich glaube, ich bin hier runter. Hallo, hallo? Wolle, Schafe? Nee, ich habe das an. Darf ich dein Holz haben, Ror? Brauchst du? Brauch nicht so. Ich mache zwei Stockwerke vielleicht. Also ein zweiter. Was geht ab? Ror, darf ich dein Holz haben? Holz? Holz? Ja. Äh, nein. Ich brauche wirklich auch selber Holz. Ja, ich gebe ihnen eine Enderpelle. Ich gebe ihnen nicht Holz. Ja, Bruder, hier ist doch über Holz. Enderpelle kriegt man nicht. Wie? Großes Hühnchen. Gibt das Kato, Diga? Was? Warum soll ich ein rohes Hühnchen geben? Er mag Hühnchen. Achso. Hey, das ist Kato, das ist zart, Alter. Kato, Alter, das ist gefallen. Oh, oh, oh. Hey, er mag echt Hähnchen. Ja, Chicken ist mein Lieblingsessen. Ja, sag ich doch. Warum? Nein, Bro. Ich weiß es auch, wir kennen uns doch schon lange. Achso. Was für eine Lieblingsfarbe? Du solltest dich schämen. Schwer wiederum, Diga, das weiß ich nicht. Schwarz? Bruder, okay. Nein, ernst. Wegen der Autos. Nein, einer hat mich kackt, Diga. Ich schwöre auf alles, ich hätte gedacht, was du übertreibst. Ey, Digger. Das ist crazy. Ich finde das nicht mehr korrekt, Bruder. Das ist nicht mehr zu vertreten. Nee, echt nicht amerkbar. Hm, hm, hm. Ich, äh, Eldor Sidney und, Dings. Ich, Eldor Sidney und, ich, Eldor Sidney, äh, Kalle und mein Manager waren in Paris. Was ist denn jetzt deine Lieblingsfarbe, Kato? Ich weiß es nicht, ich weiß es selber nicht. Sag, wer ist deine Lieblingsfarbe? Ich finde generell so Lieblingsdingen von irgendwas zu haben, ist generell voll schwer, oder? Ja. Baby Rosa. Warum ist hier überall Wasser bei mir? Was ist das für eine Scheiße? Sie hat hier lebenlang auf diese Frage gewartet, Digger. Baby Rosa einfach, Digger. Baby Rosa. Nein, Baby Rosa. Baby Rosa ist so schön. Digger, was ist Baby Rosa? Was ist Baby Rosa zwischen Pink und Baby Rosa? Pink ist knallig, Baby Rosa ist leichtes Rosé. Sehr schön. Abo, äh, Breitenberg, was hast du hier gemacht mit deinem Wasser? Wie meinst du das? Ja, Breckenberg. Du hast mir den Scheiße über... Bruder, das kann doch nicht sein, dass du überall irgendwie Scheiße baust. Ja. Was hast du gemacht? Jetzt mal bei aller Liebe, Digger. Komm hierher und mach dein Scheiß Wasser weg. Bruder, das war doch für dich. Was ist das für eine Kacke? Was soll das sein? Ich komme jetzt langsam mal rein. Ich dachte, ich helfe dir da noch. Wenn du runterfällst, ich fall doch in das Wasser da rein. Das weiß ich doch nicht. Ich kenne mich doch nicht aus mit Minecraft. Ja, Breckenberg, was soll das? Ich schwöre, ich habe das nur dahin gemacht, damit der Junge nicht stirbt, falls er runterfällt. Ja, das ist nett gemeint, aber ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Okay, ich mache das weg, Breckenberg. Ich brauche meine Leitern. Warte. Ich mache das weg. Ja, mach weg. Mach weg jetzt. Alle Öfen checken. Ja, warte. Hat einer noch Sehensand? Ich habe übertrieben viel. Ich habe so viel Glas. So. Hat einer Sehensand von euch? Eins, zwei, drei. Wie ist er, du vielleicht? Ja, bestimmt. Wir holen in irgendeiner Kiste. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Sand. Und, Digga, wie viel immer drauf geht. Das ist so krass, wie viel Kleinarbeit das ist. Ich brauche Kohle. Kohle ist ja auch Mangelware. Hat einer Kohle von euch? Ich habe Kohle, Homs. Wie viel brauchst du? Wie viel Wildzimmern? Wie viel Gramm? Verdammte Scheiße, sag es mir. Ich brauche wirklich Kohle, wenn du hast. Wo brauchst du denn Kohle? Du brauchst sehr viel Glas. Isa, wo bist du? Soll ich alles direkt mitnehmen? Wegen Sehensand. Da, wo mein Dirt-Haus war. Guck mal in den Kisten. Okay. Wir brennen Kaktus von unten. Jedis hat Kohle. Ich habe keine Erde. Isa, 62 Kohlenblöcke. Und 13 Enderperlen. Wie? Noch mehr Kohlenblöcke. Ich habe getradet mit den Schwerenblöcken. Was ist denn hier lustig? Ey, was ist diese Waldhütte hier? Dieses Waldhaus, was hier steht? Mit Obsidianen rundum. Was ist das hier? Was ist das hier? Und Brandenberg, du musst unbedingt mal alle Bäume, die du pflanzt, auch komplett abbauen. Digga, hier sind überall diese Blüten und die gehen nicht weg. Aber ich dachte, die verschwinden von alleine. Nein, du musst das ganze Holz von dem Baum abbauen. Dann verschwindet das. Ja, habe ich doch. Nein, da ist ja noch Holz drin. Ach so, da ist immer was drin, was kleines. Gib mir Erde! Isa, du hast, glaube ich, kein Dings. Bruder, Eli, was machst du? Ich brauche Erde. Ja. Hast du Kohle? Doch, guck mal, ich habe da richtig viele Garten. Hast du Kohle? Oh, Bruder! Es wird nicht mehr rein, Regen, Scheld. Uh! So, ich glaube, jetzt bin ich erstmal gewappnet. Ähm, weiter. Aha, Sehnsand, danke dir. Ey, soll ich die Bäume einfach wegfackeln, Babu? Okay. Ja, oder du baust die einzelnen Dinge ab. Ja, ich fuckte sie weg. Was willst du von meinem Ausstieg? Ne, mach nicht, weil da ist Holz mit meinem Haus gebaut und so. Du musst die einzelnen Dinge abrufen. Aber wie soll ich das denn machen? Beim Milam. Es war so klar, dass du umdrehtst, wenn ich sag Milam. Recht. Zeig mal deinen Nacken-Skin. Das ist krass, das ist krass. Kein Fall. Bruder, er zieht mit Bogen auf mich und sagt, ich soll meinen Nacken-Skin zeigen. Sehr dumm. Ich finde das schon irgendwie hart von Ruat, wie er mit Karton geht. Du bist ernst, er ist, ne? Tschüss, wie redet er? Die Schnauze kommt. 5 Uhr 1 gegen 1, klatsch ich. Ich muss noch Laving, Mods und so runter. Warte, warum ziehst du eigentlich auf der JVA? Guck dir bitte die Wände von diesem Bastard. Die sollten so ein Studenten-Wohnheim anpassen. Das ist ein JVA, ich bin hier einfach nur gefangen. Ich sitze hier in den Reiter ab, wenn ich hier nach Hause ziehen kann. Wer wohnt denn hier? Ich? Ich baue hier gerade. Warum guckst du aber als erstes in meine Kisten? Ich guck nur so, ist doch nicht schlimm. Ich dachte, du bist Robert. Digga, entspann dich doch. Findest du was bis jetzt? Klingt man jetzt noch hoch? Also soll das so bleiben, Edi? Ey, wollen wir hier zusammen einziehen? Ich habe auch die ganze Quarzblöcke gesammelt. Du kannst mir dabei helfen. Ey, was brauche ich? Slime und Seen-Sand oder wie? Um hochzufliegen, so. Was meinst du, Breitenberg? Wollen wir da zusammen einziehen? Nein, wenn ich mit dir zusammen einziehe, kann ich davon ausgehen, dass mein Haus maximal zwei Tage steht. Kato, wenn wir da zusammen einziehen, ich besorge dir alle Quarz, die du brauchst. Alles Quarz in der Welt. Ne, Quarz ich selbst, aber danke dir. Zu viele Feinde gemacht. Digga, Breitenberg, du hast den größten Obst, Digga. Wer dich aufnimmt, Bruder, der hat wirklich ein gutes Herz, Digga. Ich sag dir ehrlich. Voila. Kato, hast du ein gutes Herz? Was heißt Orbs überhaupt? Orbs, Feinde. Opponents, Orbs, abgekürzt. Kato, du Google-Übersetzer geworden. Oh, guck mal, Chad, wie schön. Kato, wo baust du jetzt eigentlich? Da, wo mein Baumhaus stand. Isa, Isa, Isa. Na, stimmt. Ja? Hast du Magma-Steine? Äh. Ja. Ja, jeder baut pinks, ne? Ja, deswegen bau ich ganz bestimmt nicht pink. Alle so, boah, mit den neuen Blöcken, boah, pink, boah, pink. Ich glaube, die wissen nicht mal, dass das neu ist. Kato, ich scheiße auf dich, wollte ich nur mal sagen. Die wissen echt nicht, dass das ist neu ist. Keiner baut aus Bambus. Algen. Algen und Knochenmehl geht auch, oder was, um so schneller hochzukommen? Nee, du brauchst das, damit da volle Wasserquellen sind quasi. Wie? Damit das Blubbern überhaupt funktioniert. Also was brauch ich jetzt? Ich hab jetzt einen Sehensand und was brauch ich noch? Ähm, Kelp. Wie, oder was? Willst du mit Schläge? Ich hab jetzt auch richtig viel Magma. Ich kann richtig gar nicht. Einer sagt Kelp, Digga. Ja, das heißt so. Was, was Kelp? Das heißt wirklich Kelp. Das heißt, äh, was ich grad sagen. Das heißt Kelp. Ja, ehrlich. Also was, wie macht man denn so einen Kelp? Ich spiel mich aus, was wir... Ähm, hast du einen Spiegel bei dir? Höhöhöhöh. Das... Ich fand den gut. Ich fand den gut. Ähm, nee, du brauchst einfach nur, ähm... Also am Meer findest du das. Hast du einen Kelp, Isa? Ja, in irgendeiner Küche. Stark. Hier. Zeig mal von unten. Digga, das ist so hoch. Wie hoch ist Trimax deine Farm? Ich muss die mit ihm mal nachher... Kann einer B? Ich brauch nur einen Kelp, oder was? Wohl mehrere. So hoch, so viel wie das hoch ist. Echt? Ja. Das wächst auch von alleine hoch. Aber das gibt's richtig oft so. Was wächst von alleine hoch? Kelp. Also. Äh, Robert. Knochenmehl und Abfahrt. Ähm. Breitenberg, leg dich mal da ins Bett. Digga, Breitenberg, du bist heute schon seit wie viel Schutt am Craften? Mhm. Das ist mir jetzt. Ich sag, Breitenberg hat mehr Streamingzeit als wir alle zusammengeführt, Digga. Mhm. Breitenberg ist ernst, dein Hafter, ne? Ich hab damals Job gekündigt, Kredit gezogen, hab beim Porsche was abgelehnt und direkt durchgestreamt. Jeden Tag 16 Stunden. Also was? Okay, aber wir fragen doch einfach nur, wie lange du heute schon streamst. Achso, sorry, nein, weil Rod meinte, er hat mehr als wir alle zusammen gestreamt, Digga. Ach, teine. Fick. Hä? Er hat's gesagt, du. Mütig, tut mir leid. Tut mir leid. Ey, wie färb ich Glas schwarz? Ne, was meinst du, wo hast du abgebrochen und Kredit genommen? Scheiß drauf, scheiß auf dich. Ne, wo hast du denn gearbeitet? Das rückt mich echt. Scheiß auf dich. Hä? Ich hab mich zwei Jahre lang bei Porsche beworben und dann hatte ich meinen Vertrag und an dem Tag, wo ich dann unterscheiden wollte, hab ich angefangen zu streamen. Davon hab ich bei Dreher gearbeitet. Ich hab einen vergessen, ey, ich hab keinen mehr. Mach ich das? Bei Dreher? Dreher, ja. Dreher safe. Breitenberg, du machst mir jetzt dieses Wasser hier weg. Ich kann das nicht mehr. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin auf dem Leben. Ich glaub, ich kann. Abbi, Abbi, ich komm. Ey, Bruder, ich glaub, ich komm. Tinten, Fisch und Wasser. Das ist gut zu gehen, okay. Hey, wie flieg ich gar nicht schnell hoch? Mit diesen Algen. Das ist Kelp gewesen. Wo baust du denn den Aufzug? Bei dir in der Höhle? Ja. Keine Tinte. Wo ist die Quelle sozusagen? Hast du Kelp? Ja, ich hab einen Kelp, man. Ah, warte mal. Ich nehm einfach ganz viele Kelps mit, dann mach ich die Quellen weg. Das ist doch easy. Digga, der sagt immer noch Kelch. Das ist scheiße Eimer, Bro. Ich muss Kelp abbauen. Ich mach das easy. Geht das jetzt weg? Vor der Truhe. Vor der Tür. Du hast doch mehr Kelp. Genau, jetzt baust du das ab einfach. Bau das Kelp ab. Und dann geht. Oh, und nochmal. Hier, das hier. Oh, ich komm, ich komm, ich komm. Ich nimm das. Was haben wir jetzt hier? Wir haben einmal da. Ich kann keinen Block da hinsetzen. Was macht denn ihr hier? Ich versuch das Wasser zu stoppen. Ich mach das, Bruder. Ich hab sieben Kelch dabei. Soll das weg? Soll das weg? Ich hab mehrere gemacht. Es war doch gut, damit du nicht runterfällst, oder? Ich bin hier runter. Schade. Gebt mir Kaktus. Boah. Da guckste, ne? Da guckste. Also theoretisch könnte ich ja mit sieben Kelch mit Wasser... Also wir haben es jetzt die ganze Zeit nebenbei im Stream gehört. Wie fandet ihr das Album? Boah, ich fand sie jetzt auch nicht so geisteskrank, aber auch jetzt nicht so krass. Wir haben bei Kid Cudi rein. Ey, Jello. Kid Cudi hat Album gejoppt. Echt jetzt, wann? Heute. Nee. Hat er gute Lieder? Ich mag den Folgen. Ja, 21 auch, ne? So richtig Randy irgendwie. Wer hat das? Kid Cudi. Kid Cudi, ein Macher. Der hat sogar Song mit X. Nee. Ja, ja. Mit Travis, mit Young Thug, voll viel. Also das sind wirklich gute Songs. Gib mir mal gute Lieder aus dem Album. Hör das mit Travis. Ich hör das Album jetzt. Ich hab nur die Features gehört. Ich hör jetzt das Album erst mal richtig. Kid Cudi, so gute Songs hat der Mann. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Tequila Shot bei Umbelkleber. Dang, man. Person of Hopp, das ist der hier, Chad. Der das hier macht. Hast du 21 gehört, Roat? Ja, mit. Ich hab nur nicht reingehört. Der hat sogar eins mit Travis. Mit Ace and Rocky. Ja, Young Thug, X. Gott. So, da geh ich kurz rein. Das ist das Alte, Dieter. Okay. Lisa, wir machen... Digga, ich guck grad in meinen Kalender, weil ich eine 24 Stunden Stream machen kann. Mhm. Mh. Mh. Übermorgen geht nicht. Dann bin ich in Dix. Boah, ich hab ja jetzt alles ohne Ende. Bist du nächste Woche Sonntag da, Isa? Warte. Let me check my... My Schedule... Plan. Nächste Woche Sonntag auf Montag? Ja? Würde funktionieren. Sonntag auf Montag wäre Baba. Sollen wir machen, weil dann trage ich es mir in meinen Kalender. Ja, wir können auch... Wir können auch... Ja, macht Sinn. Ja, ja, ja. Also schreibt 24er mit Roat. Ist es safe safe oder soll ich schreiben eventuell? Ähm. Schreibt eventuell. Check. Okay. Ich bin nächste Woche Montag in Istanbul, Chad. Bis Mittwoch. Boah, ich hab nicht... Was machst du in Istanbul nochmal? Liegst du eigentlich von Istanbul direkt nach Hamburg wieder? Nee, Istanbul ist der Dorf, glaub ich, dicker, ja. Was macht Glück des Meeres, Fabo? Glück des Meeres 2? Nein, wenn du angelst, hast du mehr Glück. Und Sog 3, was macht das nochmal? Äh, für Dreizack. Dass du fliegen kannst. So. Irgendwas hat mir gerade gefehlt. Äh, was ich in Istanbul mache? Irgendwas hat mir gefehlt. Was? Glas, Chad? Hast du schon gehört? Ich höre gerade. Ach ja, die Schaufel wollte ich machen. Dicker, ich brauche Eisen, ich kann nicht mehr. Ich hab ne Idee. Okay. Ich kann nicht. Sollen wir hier mal ne richtige Brücke bauen, Chad? Boah, das sieht echt hässlich aus. Das ist das Lied. Hier, Wasserläufer sollte ich nochmal, ne? Digga, ist die hässlich, diese Brücke. Ach du Kacke, was hat Mert hier gebaut? Ja, der Mert meinte auch, man soll die abbauen. Gott. Äh, Rort, baust du gerade, wo baust du die Brücke? Da, wo seine Arsch war. Boah, ne, bau die mal hier. Unten beim Webbüro. Hoch zu dem Dings, oder was? Ne, hier rüber einfach. Weh. Komm mal zum Webbüro. Ich bin... Ja genau, also hier... Ich kann nicht mehr. Quasi da rüber, auf dem Berg. Ich kann nicht mehr. Auf den Hügel hier, wäre krass. Weil hier ist ja, guck mal, wenn du hier zum Klausierum hochläufst, ist da so ein richtiger Weg. Checkst du, dieser Berg hier, verläuft wie so ein riesiger, geiler Weg. Hier. Also ja, check ich. Und da wollte ich, hier wollten wir so einen Weg mit so Flammen links und rechts hochbauen. Oh, okay. So quasi zum Klausierum läuft. Aber die Brücke von Mert meinte, der können wir abbauen. Ja, die ist aber auch ernst fatal. Auch einfach aus Cobblestone. Oha, wie du dich gesaved hast. Okay. Chat, wir haben, by the way... Ich glaube, wir haben noch ein paar Trackies über. Das ist das Einzige, was wir überhaben. Trackies ist das Einzige, was wir so im Store gelassen haben. Ah ne, XXL ist weg. Aber Trackies ist so das Einzige, was wir noch im Store gelassen haben, damit die Leute so jederzeit was im Shop kaufen können. Hoodies gibt's noch in LSM. LSM, auch nicht mehr so viele. Und Hosen gibt's in allen außer in XXL. Wenn die weg sind, äh, dann glaube ich, kommt der Trackie auch nicht mehr. Welche Größe bei 1,73? Ich glaube, bei 1,73 bist du bei so einer, bei so einer MS so. Kommt drauf an, wie du es gefittet haben willst. Was mit der Mütze, die Sydney hat? Maybe, maybe, maybe noch. Aber die ist auch fresh, ne? Die Mütze, die die Dings hat. Alles sold out ist krass. Achso, und halt noch Skimasken. Boah, ich hätte, ich schwöre, ich hätte in Paris die gebraucht. Ich hab die nicht mitgenommen. Aber macht, falls ihr euch was holt, äh, macht ne Story davon, damit ich das reposten kann. Droppen wieder die alten Sachen? Ne, alles, was hier im Shop ausverkauft ist, wird dann halt auch ausverkauft sein. Trackies haben wir halt mehr produziert, damit so eine Sache mehr im Shop ist. Äh, damit man länger so Zeit hat, damit nicht direkt alles so weg ist. Wisst ihr, wie ich meine? Weil, bei uns, uns war klar, dass die Dinger hier instant weggehen werden. Die T-Shirts waren nach 8 Minuten ausverkauft. So. So. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Wurde Sidney sein Haus wieder aufgebaut? I don't know. Maybe. Ach so, was? Ich gucke weiter. Okay. Kurz Babys machen lassen wieder. Bistig. Ey, das sind so viele Pandas da drin, wenn du wüsstest, ne? Noch kein braunes. Gibt's ne gewisse Maximalmenge an Babys? Das ist ne Creeperfarm. Das ist das, was wir brauchen. Ganz viel Teppiche, also Wolle. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, ne? Also nicht so viele Sachen. Mhm. Und... Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das schwer zu bauen? Oh ha, tschüss! Digger, wie soll ich einen Schneemann da reinkriegen? Einfach rein, so wie er gemacht hat. Tschüss! Okay. Höhe 108. Ah, und dann geht man ganz nach oben und stellt sich hin, damit unten alles spawnt. Wollen wir das bauen, Chat? Wofür brauchst du das, für meine Sicherheit? Oh, hat er drei Enderpellen gegeben? Ja, mit Plünderung. Kann ich Plünderung auch auf Bogen machen? Nein. Aber du kannst, wenn du jemanden mit Bogen abschießt und dein Schwert in der Hand hast, du kannst deinen Bogen quasi in die zweite Hand machen und wenn du dann jemanden abschießt, mit dem Bogen, mit dem Schwert in der Hand, dann zählt das trotzdem. 32 Stacks Blöcke. Fabo, machst du alle Bäume kaputt? Ja. Bruder, ich mach das doch. Ich nimm Feuerzeug. Ne, das ist blöd, weil dann hier alles abbrennt. Doch, vertrau mir. Mach nur die Bäume nah an deinem Hauswerk, ich zünde die jetzt an. Ne, ich glaube, das fällt jetzt eh alles. Bruder, lass mich das machen, bitte. Ich will hier nicht zu viel Arbeit machen. Ne, es fällt alles, es fällt alles. Oh, ne, doch nicht. Jetzt fällt alles. Ich wollte ja noch nicht so viel Arbeit machen. Deep Ocean? Ich hab eh nix zu tun so richtig. Ja komm, lass was dickes machen. Achso, ich hab auch Wasseraffinität und Wasserläufer gemacht. Was? Richtig? Ne, ich müsste eigentlich eine Farm bauen für Bambus, aber ich hab keinen Bock. Ich brauch jetzt ne Creeper Farm, glaub ich. Ja, da hab ich jetzt, da, ey, da hätt ich jetzt nicht die Geduld für. Warum? Keine Ahnung. Weht? Creeper Farm, Alter? Schere. Über mehr Katzen dahin. Ne, da müssen keine Katzen hin. Ja, wenn's eine ohne Katzen. Geht auch. Hat jemand Kürbisse? Kann man Kürbisse nicht vermehren? Doch, kannst du? Auf dem Berg zum Kollision gab's Kürbisse. Bruder, warum mussten die diese neuen Bäume so scheiße machen, dass überall noch so versteckten Holz ist? Äh, Leute, wo krieg ich Lava her? Creme Eggs. Creme Eggs. Creme Eggs. Ich hab ein bisschen was, kann ich dir geben? Never Corks. Boah, ich hab voll Hunger, fällt mir grad auf. Ich hab heute nur einmal gegessen. Ah, was verwirrtet, wenn ich jetzt nochmal esse, Digga. Ich will eigentlich zu spät nicht essen. Ah, was mach ich jetzt? Ja, Hungern ist auch scheiße, Chat. Apfel oder so? Ja, guter Call. Genau das, was Max hat. Sollen wir einfach Max Base hier hin kopieren? Na, aber guck mal, ich hab eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eli, hier bekommst du Lava. Ich hab 13, ich hab 13 eben, oh neun. So, hab ein. Okay, und Lava jetzt da rein? In den Ofen? Äh, ja. Kauf Glas bei Village an. Ja, du kannst Glas auch kaufen, ja, mit Emeralds. Ja, aber ich mach hier einfach mein... Bestell was healthy-mäßiges, Bruder. Denkst du, bei mir kann man überhaupt bestellen? Wenn ich bei Lieferandum meine Postnetzile eingebe, da kommt nicht mal was. Ja, und das nennt man Craften. Vercraftete Craftigkeit. So, zack, zack. Ach so, hello. So, mach ich mir ein paar Eimer. Eins. So, ich hab neun Eimer über, brauchst du? Äh, warte. Ich kann's selber machen, alles gut. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ich glaub ich brauch nur fünf. War das noch im Ofen? Ja, ich mach mir jetzt einfach... Entschuldigung, ich mach mir... Lava hält viel länger als Kohle? Hallo? Lava hält, glaub ich, unendlich lange. Ey, wer hat sich unter unserem Anwesen so runtergebaut? Was ist denn hier los? Hä? War das schon wieder Quatsch hier? Hä? Ja, Lava hält lange. Hält lange aber nicht schon endlich. Okay. Warte. So. Hier hab ich Lava, da hab ich Lava. 10 Eier fett rein. Hä? Warte. Bomben-Songs, die in jede Playlist müssen. Wow, Digga, Musik ist so geisteskrank Geschmackssache, aber ich finde so... Was hab ich denn am meisten gehört? Oh, ich soll weg. Ibrahim Tatlis, das muss jeder hören. Die was? Ibrahim Tatlis, das ist krass. Was? Frag deine Eltern. Oh, was hier steht. Was hat er gesagt? Rahim? So Klassiker und so ne Scheiße, aber... Kann ich auch nicht mehr hören. Warte, irgendwann, wenn du alt genug bist, hörst du auch ISA-Musik. Trains hab ich an längsten gehört. Kurz beim März, hier immer. Okay. Wurde Ibrahim Tatlis jetzt nicht, äh, gedingst? Abgeknallt? Ja. Mit ner AK, Digga. Mit ner AK in den Kopf einfach, Digga. Hat er überlebt? Das ist wirklich verrückt, Digga. Er war sogar bei uns, der Bad Segeberg, dort. Er wurde in, er wurde in Deutschland abgeknallt. Nein, er war, er war da zur Behandlung in Bad Segeberg. Das ist zwei Minuten von dir. Ja. 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 Habo, brauchen wir jetzt was? Soll ich 10 Kelch Lava holen? Was? Soll ich 10 Kelch Lava holen? Und dann? Mach ich alle hier runter? Hier? In der Ecke? Nein? Wo anders? Bei irgendjemandem anwesend? Was willst du von mir, Breitberg? Ich mach mir jetzt ganz viele TNTs und Lavakelch bräuch ich. Ich mach mich jetzt bereit für den Krieg. Wo bleibt der Karl eigentlich in Minecraft, Digga? Das ist eine berechtigte, gute und schlüssige Frage. Also ich hab ihm das installiert. Dann musste er sich mit Microsoft einloggen. Dann wurde sein Account gesperrt. Dann ist er pennt gegangen nach der Win-Challenge. Dann ist er aufgestanden, hat mir geschrieben, ob ich da bin. Dann war ich da. Dann hat er sich nicht mehr gemeldet und hat sich wieder in Minecraft einzuloggen. Das ist so ein Danny-Move, Digga. Aber er hat irgendwie, irgendwas hat nicht funktioniert. Keine Ahnung. Das ist wirklich, diese Situation beschreibt grad Danny sein Leben, ne? Was denn? Erklär nochmal. Ja, weil, also, warum nicht da ist. Nach der Win-Challenge hab ich ihm mein gewinnt.